Hm, der ist gerade rumbuggedreht Wer weiß, wie weit wir runter müssen zu den Schürrungsflug finden Kippen und gegenstatt Laufhaus direkt verwendet Kippen und Kippen und gegenstatt Ja, komm Fehl'ne Chance Uh, schon zweimal schlägen Das sind so drei Raketen, hätte ich schon Kippen und gegenstatt Kippen und gegenstatt Oh, was, was Immer gegen den Händen Keine Schere Also die Hexen leben nicht lang, ich habe drei Gerber Und die Donner ich direkt rein, wenn sie es vor Ich bin da durch, ich versuche das Tor zu öffnen Alles andere dürft ihr machen Die Shotguns sind so overpowered jetzt in B2 Das ist echt krass Das ist wieder schwer Was ist das? 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 Na, du hast den Mann! Das heißt, wir haben die Reise den Mann! Was ist das? oh nein, ich drehe mich gerade um für mich noch mal Alter, ich dachte nicht wie fähig ich diese wieder Achtung, das ist nichts, warum würde ich schon genug Schaden machen würden mehr kann ja nie schaden Okay, jetzt kommt die Oberhexe, oder? Ja Ja, wo denn? Da sind sie Da sind sie Oh, ich glaube die Klan, ja Das passt schon Das passt schon Jetzt wollen wir mal direkt durchlaufen. Ja. Scheiße, ich hab noch eine bessere Zeit als 7 Minuten 37. Einfach an den Rippern vorbei und dann von hinten filmen. Oh nein, oh nein, schnell geblieben. Ah, ich hab's noch. Ja, da ist ein Tod. 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 Warum? Du hast es erledigt. Endlich wurde das Monster zerstört. Vorhut soll dankbar sein. Ja, da habe ich so viele. Ich brauche Seiden, wo jetzt wird. Gleich war es so wirklich schnell. Gleich. Ja, da ist ein Tod. Ja, da ist ein Tod. Ja, da ist ein Tod. Nein, das war es so. Ja, da ist ein Tod. Ja. 47 at. Oh, die kills. 748... 11 Sekunden langsamer, oder? Krass, krass. Ja.